Herzlich Willkommen im Studio 21 mit einem Studio 21 Spezial. Heute ist Klassik an der Reihe. Wir waren für Sie gestern in der Peterskirche und dort hat Tomoko Maeda, unseren Zuschauern ja keine Unbekannte, für uns ein Violinkonzert gegeben. Und zwar von Johann Sebastian Bach hat sie zwei Stücke gespielt. Das erste die Violinpartie der Nummer 2 und als zweites Stück die dritte Sonate für Violine. Eben wie gesagt beide von Johann Sebastian Bach. Als Abschluss gab es noch Ave Maria. Und dies in dem traumhaften Ambiente der Wiener Peterskirche. Johann Sebastian Bach ist für seine Sakralmusik bekannt. Er war ein tiefgläubiger Mensch und hat sehr viel Kirchenmusik geschrieben. Und wohin passt solches Musik gut, besser als in die schönste Kirche Wiens, in die Peterskirche? Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit in die Wiener Peterskirche mit Tomoko Maeda und Johann Sebastian Bach. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Ich nehme Sie jetzt auf einen Hör- und Sehgenuss mit Tomoko Maeda. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.